Und vielleicht auch als Mama, wenn euer Kleiner oder die Kleine mal so auf dem Bett sitzt, dass ich nicht sage, hey komm, Kopf hoch. Ich übertreibe mal ein bisschen, aber so, dass ich mich einfach mal daneben setze. Und jetzt auch nicht gleich voll Quatsch, sondern einfach nur mal daneben setze. Und dann sitze ich als Kutter, als Papa auch, sitze ich dann einfach mal da. Und dann haben wir die gleiche Körperhaltung. Also es sind alles Dinge, wenn ich mich einfach meinem Gegenüber anpasse. Und dann passieren oft so ein Moment, dass ich mal rüberschaut. Und dann schaue ich zu meinem Kind mal rüber, zu dem Klienten und sage, hey, was ist denn los? Und dann kommt so, ach, scheiße, Entschuldigung. Und dann, was denn? Magst du sagen? Und dann, es passiert aber mit euch auch was. Wenn ihr in diese Körperhaltung geht und langsamer atmet, wie das Kind, atmen kann man auch unheimlich gut, dann fühlt ihr euch auch plötzlich so ähnlich. Aber es geht ja nicht darum, jetzt den ganzen Tag auf dem Bett zu hocken, sondern es geht darum, denjenigen, den man gegenüber abzuholen, wo es steht, um es rauszubegleiten. Und wenn ich dann sage, was ist denn passiert? Und mir hat vor kurzem einen Fall gesagt, er war irgendwie 13 oder 12, sie hat Schluss gemacht. Ich sage, echt jetzt? Oh nein. Doch. Scheiße. Ja. Und dann gebe ich dem Moment Raum und dann sage ich, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich sage, weißt du was, ich habe eine Idee. Komm mal mit. Und dann hole ich die aus der Körperhaltung raus, dann gibt es ein Glas Wasser. Beim Hinsetzen setze ich mich schon anders hin, dann setzt er sich auch. Und dann kann ich unterstützen und dann kann ich helfen. Wenn jemand da sitzt und es nicht gut ist und sagt, hey komm, das wird schon. Und jetzt mach mal, hey, ich musste auch mal zur Schule früher. Da gewinne ich keinen Pokal mit beim Kind, auch gar nicht, sondern dass ich wirklich reingehe. Und damit schafft ihr so einen wertvollen Rahmen und einen Raum und eine Verbindung.